viel ekelfaktor und so hatten wir hier eben auch in der welt wo ich auch so war aber das war nun wirklich für vielleicht 10 15 minuten und dann waren wir da durch da waren wir halt in so einem blutsee okay hier das schreit nach dem boss ich hier nicht mehr zurück kann hey hat ein vöglein gezwitschert du hast doch kein abo da gelassen schnell holt schnell nach kriegt keiner mit ok du bist ein glühböhmchen let's go alter held wo ist er blind oh der macht du schaden ok okay okay ja komm na wo bin ich wohl okay das war gut das war aber nicht gut genug okay 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 okay